Ein Vorbild, Eminem feiert 16 Jahre Nüchternheit im Netz Eminem, 51, feiert einen besonderen Meilenstein, jahrelang hatte der US-amerikanische Rapper mit Suchtproblemen und Alkoholmissbrauch zu kämpfen, mittlerweile ist der The Real Slim Shady Interpret aber seit ganzen 16 Jahren trocken. Seinen Erfolg feiert er mit seinen Fans auf Instagram. Dort postet er ein Foto seiner Hand, in der er eine Nüchternheitsmünze hält, ein Symbol dafür, dass er seit Jahren auf den Alkohol verzichtet. Die Fans des 51-Jährigen sind stolz auf ihn und bringen das in den Kommentaren unter seinem Beitrag auf Social Media zum Ausdruck. Große Sache Glückwunsch, Mann Danke, dass du ein Vorbild bist und Glückwunsch zu 16 Jahren, Marshall Du bist eine echte Inspiration, lauten nur zwei von zahlreichen User-Reaktionen. Einer meint sogar, dass das der beste Beitrag seit langem ist. Die Fans des Musikers dürfen sich aber noch über etwas anderes freuen, noch in diesem Jahr soll ein neues Album mit brandneuer Musik von Eminem auf den Markt kommen. Das kündigte Rap-Kollege Dr. Dre, 59, im März zu Gast bei der Jimmy Kimmel Show an. Eminem arbeitet momentan an seinem eigenen Album, das noch in diesem Jahr erscheinen wird, verkündete der Still DRE. Star Und auch er selbst dürfte sich an dem Album beteiligen. Ich habe auch Songs auf dem Album und die sind der Hammer, versprach er den Zuschauern. Ich habe auch Songs auf dem Album, das noch in dem Album, das noch in dem Album, das noch in dem Album.